Neues vom Berg wird unterstützt von New Life. Fitness für Frauen. Genießen Sie unsere persönliche Atmosphäre und die vorbildliche Betreuung. Neues vom Berg. Das Magazin vom Konfi-Camp der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Bramsche. Heute im Studio Kai-Fabien Rolf. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Das Konfi-Camp 2018 geht ins Finale und das sind heute zum Abschluss einige unserer Themen. Aktion! Großes Geländespiel in St. Peter-Ording. Albert! Einheit heute über Leid in der Welt. Abschluss! Kirchenkreis Jugendwart Stefan Eckbert zieht Bilanz über das Konfi-Camp 2018. Eine besondere Premiere gab es gestern Nachmittag. Eine Taufe. Eigentlich geplant direkt an der Nordsee, aber das Wetter machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Warum es trotzdem auch für die bereits getauften Jugendlichen ein durchaus bewegendes Erlebnis war, wir waren mit der Kamera dabei. Die Taufe. Wohl einer der wichtigsten Momente im Leben eines jeden Christen. An diesen besonderen Tag erinnern können sich wohl die wenigsten. Denn schließlich waren sie noch ein Baby. Anders ist das für zwei Konfirmandinnen. Alia und Zoe werden heute im Rahmen des Konfi-Camps getauft. Wie es dazu kam, weiß Pastor Michael Grimmsmann. Die Idee habe ich kennengelernt in Göttingen. Da war ich VK, war ich beim Konfirmanden-Camp dabei am Edersee. Da habe ich das gesehen, wie schön das ist, auf dem Konfi-Camp zu taufen. Und dann habe ich das den Eltern vorgestellt, auf dem Elternabend. Und dann hatte ich Eltern, die haben gesagt, ja, das finden wir toll. Und dann wollte Zoe unbedingt. Und am Ende sagte Alia noch, ja, das mache ich auch. Und darüber freue ich mich sehr. Ein ganz besonderes Erlebnis, sowohl für die anwesenden Konfis, als auch für die beiden Täuflinge. Zoe weiß genau, warum sie sich für diese spezielle Umgebung entschieden hat. Und das ist halt ein bisschen schöner als in der Kirche, weil das sehen halt dann auch mehr Leute und so. Und dann, ja, teilt man das halt auch mit mehr Leuten. Meine Eltern haben mir das halt vorgeschlagen und es ist halt auch ein schönes Erlebnis und so. Und ja, deswegen habe ich dann halt gesagt, dass ich das halt gerne machen würde. Bei Alia wächst direkt vor der Taufe die Aufregung. Für sie ist besonders wichtig, dass auch ihre beste Freundin Pia eine Rolle im Gottesdienst übernimmt. Ja, schon eigentlich ganz aufgeregt, weil es ist ja schon ein besonderer Tag. Ich weiß ungefähr den Ablauf und ja, meine Freundin sagt, also sagt dann noch den Tauchspruch. Und das finde ich auch ziemlich schön, dass sie das macht. Die Predigt vor der Taufe ist eng auf das liebste Hobby der beiden Mädchen abgestimmt und dementsprechend persönlich. Als passionierte Reiterin wissen sie, wie wichtig ein Sicherheitsriemen am Sattel ist, an dem man sich festhalten kann, wenn das Pferd einmal durchgeht. Michael Grimmsmann nutzt dieses Bild als Vergleich für die Taufe. Denn diese bildet die sichernde Verbindung zu Jesus Christus, in guten wie in schlechten Tagen. Zoe, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zoe, Gott freut sich über dich, er hat dich gern. Er ist bei dir am Tag und in der Nacht, wenn du weinst und wenn du lachst. Dass Alias beste Freundin Pia den Tauchspruch vorlesen darf, ist für die beiden Konfirmandinnen ein hochemotionaler Moment, der ihre innige Verbindung noch einmal verstärkt. Alias Tauchspruch steht im Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Das war ein ganz besonderes Erlebnis für mich natürlich, weil sie ist halt so ähnlich wie eine Schwester für mich. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Unter deinen Flügeln. Was für ein Motto für einen wunderschönen Nachmittag. Auch Suis Eltern sind froh, dass sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter für diese Form der Taufe entschieden haben. Wir haben das mal gehört, dass die Möglichkeit besteht, das hier machen zu lassen. Und wir waren total toll. Und es war ja total toll und schön. Für Pastor Michael Grimstmann ist jede Taufe ein ganz besonderes Erlebnis. Besonders berührt hat ihn heute vor allem die Stimmung in der Halle. Das ist eine Taufe wie jede andere Taufe auch. Und dann ist es natürlich auch was Besonderes, weil es sind 300 Freunde dabei gewesen. Es gab ein tolles Licht, es gab eine richtig schöne Musik. Es war ein ganz irres Miteinander. Das ist natürlich auch was Besonderes. Für die Konfirmanden war das Geländespiel gestern Abend nach den Einheiten der letzten Tage genau das Richtige. Unter dem Motto Wikinger waren auf dem ganzen Gelände des Jugenderholungsdorfes Aktionen verteilt. Warum es am Ende aber eigentlich keine Verlierer, sondern nur Gewinner gab, meine Kollegen verraten es Ihnen. Die Wikinger erobern das Konfi-Camp. Das Geländespiel stand ganz im Zeichen der Eroberer aus längst vergangenen Tagen. Vicky höchstpersönlich bittet die Konfis um Hilfe, denn der schreckliche Sven hat sämtliche Geldvorräte geklaut. Die Konfis müssen Minispiele bestreiten und bekommen dafür sogenannte Goldmünzen. Die müssen sie dann den Teamern, die hinter Sven's Land sind, müssen sie da durchgehen. Allerdings haben alle die Augen verschlossen bis auf der letzte. Der muss sie dann durch das Feld führen und wer zuerst die meisten Goldmünzen hat, der hat dann gewonnen und bekommt das Boot und hat somit unser Dorf gerettet. Auf dem ganzen Außengelände sind die Aufgaben verteilt, in denen es die Münzen zu erspielen gilt. An einer Station gehen die Konfis sogar auf Wildschweinjagd. Das ist ein Wildschwein, wie ihr seht. Das sind Wikinger-Sperre. Hier, gute alte Wikinger-Sperre. Ihr müsst mit diesem Wikinger-Sperre die Sau töten. Die ist so stark, die braucht fünf Trefferpunkte. Wenn ihr oben durch die Kette werft, ist es ein Trefferpunkt. Wenn ihr durch den Karton werft, zwei Trefferpunkte. Also fünf Treffer und die Sau ist tot. Für euch ein Goldstück und für mich Schweinebraten. An einer weiteren Station wird es dann laut. Eins, zwei, drei. Boah, das war ja super beim ersten Ball. Wir mussten so laut schreien, wie wir konnten. Wir mussten den bösen Sven Angst einjagen. Das Geländespiel kommt bei den Teilnehmenden sehr gut an. Ja, sehr gut. Also die Schüler machen Spaß und ich glaube, dass wir die besiegen können. Dass man halt Spaß hat und halt alles ausprobieren kann und mit anderen Leuten was unternimmt und nicht immer mit seinen Freunden oder mit der Gemeinde generell. Denn die Zehnergruppen, in denen die Konfirmanden Vicky helfen sollen, wurden vorher komplett zufällig zusammengewürfelt. Da ist Teamgeist gefragt und eine gute Zusammenarbeit wichtig. Sonst ist der schreckliche Sven nicht zu besiegen. Ich bin der schreckliche Sven! Und was ist deine Aufgabe? Naja, ich brandschatze, ich raube und im Moment beschütze ich das große, schreckliche Tal. Wenn die Leute versuchen, hier alleine durchzukommen, dann sage ich ihnen, dass das unschaffbar sein wird. Sie müssen sich zusammenraufen. Aber es ist so nebelig. Nur einer von ihnen kann die Lenkung übernehmen. In einer Reihe aufgestellt, müssen die Konfis versuchen, auf die andere Seite zugelangen. Aber nur der letzte in der Schlange kann etwas sehen. Der Rest ist blind. Doch mit guter Zusammenarbeit schaffen es die Konfis auf die andere Seite und konnten so Vicky erfolgreich helfen, den Goldschatz zurückzubringen. Warum lässt Gott eigentlich Leid zu? Diese Frage musste sich Engel Albert heute des Öfteren anhören. Denn die Jugendlichen, die Albert auf der Erde begleitet, mussten in der letzten Zeit ziemlich viel Leid ertragen. Welche Antwort Albert auf die Leidfrage hat und wie die letzte Einheit auf dem Camp verlief, wir haben den Konfis mit der Kamera über die Schulter geschaut. Was war denn da los? Wieso ist Gott nicht da, Albert? Warum lässt Gott Leid zu? Diese Frage stellt sich wohl jeder Christ im Laufe seines Lebens. Eine wirklich schwierige Thematik, die deshalb behutsam vorbereitet werden muss. Schon die Gruppenzusammensetzung spielt hier eine wichtige Rolle. Die Kirchengemeinde Engter nutzt farbige Klebepunkte, um die Konfis zuzuteilen. Tima Henrik kennt die Hintergründe zu dieser anschaulichen Methode. Dabei geht es darum, dass nicht immer die besten Freunde nur zusammenarbeiten, sondern die Gemeinschaft unterstützt wird in der Gemeinde und dass jeder mal jeden kennenlernt besser. Um die von Theologen als Theodizee-Frage bezeichnete Leidensthematik passend anzugehen, verbinden die Konfis zunächst drei wichtige Eigenschaften Gottes mit Helden ihrer Kindheit. So stellen sich die einzelnen Homegroups die Frage, inwiefern Conny gütig oder Dumbledore allmächtig ist. Konfirmandin Sophie hat sich eine klare Meinung gebildet. Unsere Gruppe ist darauf gekommen, dass Dumbledore sehr mächtig ist, aber jetzt auch nicht allmächtig. Dass Gott noch ein bisschen mächtiger ist wie Dumbledore, weil Gott uns ja auch alle behütet und auf uns aufpasst. In einer sogenannten Leidenskiste stellen die Konfis dann auf kreative Art und Weise eine Leidensthematik bildlich dar. Tilman und Lutz haben eine tolle Idee für ihre Inszenierung. Wir nehmen das Beispiel Armut und da trennen wir das in der Mitte und dann machen wir einmal für die reiche Seite und die arme Seite. Warum die Theodizee-Frage das erste Mal auf dem Konfi-Camp behandelt wird, weiß Tima Alex. Er hat die Einheit thematisch vorbereitet und ist auch im passenden Arbeit-Film einer der Hauptdarsteller. Ich denke, da ist auch ein starker Kritikpunkt einfach generell immer an unserem Glauben, wenn die Konfis eben in der Phase sind, wo sie halt feststellen, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich glauben, dass sie dann eben auch sehen können. Wir haben auch eine Lösung vielleicht für diesen Kritikpunkt. Auch Lena arbeitete aktiv an den Vorbereitungswochenenden mit. Für sie war gerade die schauspielerische Leistung eine große, aber auch tolle Herausforderung. Natürlich hat man selbst viel über die Frage nachgedacht, aber ich fand es total gut, auch die Situation zu drehen. Ich als Mara saß in der Situation vor dem Fernseher und habe die schwere Lage in Syrien beobachtet. Und dort habe ich mich dann halt auch selber gefragt, wieso das alles so passieren kann. Mit der Leistung ihrer Konfis ist sie heute durchweg zufrieden. Es war einfach eine schwere Einheit und die Frage nach Leid ist einfach total schwer zu beantworten. Und die haben super toll mitgearbeitet und haben wirklich bei den Leidenskisten wirklich viel Kreativität gezeigt. Bleibt die Herausforderung, eine Antwort auf die Theodizee-Frage zu finden. Alex und das Vorbereitungsteam haben sich Gedanken zum Ziel der heutigen Albeiteinheit gemacht. Gott hat uns Menschen halt so geschaffen, dass wir eben unsere eigenen Entscheidungen treffen können. Und es gibt halt verschiedene Formen von Leid. Es gibt von Menschen gemachtes Leid und er verhindert es nicht, aber er ist dann da in Form von anderen Menschen, die dann helfen oder anderen, ja, einfach er hilft in dem Leid. Ein wirklich schwieriges Thema, das heute Vormittag von den Konfis bearbeitet wurde. Und so geht die Premiere von Mission Albert auf dem Konfi-Camp als voller Erfolg zu Ende. Das Camp neigt sich dem Ende Grund genug für uns, mit Kirchenkreis-Jugendwart Stefan Egbert Bilanz zu ziehen über das Camp. Deshalb habe ich ihn heute Nachmittag zum Interview getroffen. Ja, Stefan, eine Woche Konfi-Camp. So schnell ist es schon fast wieder vorbei. Die letzten Stunden hier für uns in St. Peter-Ording. Dein Fazit? Es läuft total gut. Alles hat sich irgendwie eingegroovt. Gestern hatte ich einen wirklich richtig guten Tag. Die Mitarbeiter wissen, was sie tun sollen. Die Konfis wissen, was sie tun sollen. Wenn die Musik spielt, fangen die an, Polonaise zu tanzen. Wenn wir einen Spieleabend machen. Gestern Abend durfte ich Wikinger-Häuptling spielen. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte so eine Plastik-Axt und alle kamen rum und haben mit mir rumgealbert. Und das war einfach richtig schön. Das war gut. Hat mir gefallen. Du hast es gerade angesprochen, Mission Albert. Die neuen Filme, die neuen Konzepte. Wie ist das angekommen? Ganz unterschiedlich. Die erste Einheit war richtig gut. Da haben sie sich richtig drauf gefreut. Und das hat Spaß gemacht. Die zweite Einheit, das war noch ein bisschen kurz. Gestern hatten wir das Thema Liebe. Das war ganz groß und alle Konfis waren sofort dabei, weil das kann man einfach irgendwie miterleben. Heute haben wir ein schweres Thema. Wie gehen wir eigentlich mit dem Leid in der Welt um? Wo kommt das her? Ist Gott da eigentlich schuld dran? In der Vorbereitung hatten wir den ganz großen Wunsch, diese Frage zu beantworten. Aber eine einfache Antwort gibt es da, glaube ich, nicht. Und das ist einfach auch ganz schwer. Aber diese Frage stellen zu können und stellen zu dürfen und zu überlegen, wie entsteht eigentlich Leid? Wie bist du mit deinem Team zufrieden? Wie hat sich das die Woche entwickelt, gemausert, gemacht? Ich bin mit meinem Team sehr, sehr zufrieden. Der Morgen fängt sehr früh an vor dem Frühstück, treffen uns in der Teamer-Runde. Und ich hatte erwartet, dass so nach und nach die Teamer vielleicht doch noch ein bisschen schlafen. Aber jeden Morgen sind die alle um Punkt, also Punktviertel vor acht sitzen die bei mir in der Halle. Alle 70 Teamer, da fehlt kein einziger, nur um mit mir den Tag nochmal durchzusprechen. Da bin ich sehr beeindruckt von. Wir haben am Montag gesprochen, der Wechsel aus den dicken Birken hier nach St. Peter-Ording. Eine gute Entscheidung? Eine sehr gute Entscheidung. Ich habe es sehr genossen, dass die Häuser ganz dicht beieinander stehen. Wenn ich so über den Platz gehe, winken mir die Jugendlichen zu, die grölen. Die ganzen Häuser sind richtig schön, die Halle ist schön, obwohl sie ein bisschen eng ist, aber ist auch kuschelig. Und meine Lichttechniker machen aus allem was Gutes, das ist auch richtig schön. Ja, danke dir Stefan für das Gespräch. Und eines darf auch dieses Jahr wieder nicht fehlen, unser Highlight-Clip. Wir haben alle Momente und Emotionen vom Camp 2018 noch einmal zusammengefasst. Mir gefällt das Konflikampf sehr gut. Es ist immer spannend jeden Tag. Das ist ziemlich abwechslungsreich und ich finde die Einheiten auch sehr lehrreich und es macht viel Spaß. Ich finde die Band richtig cool, also das macht richtig Spaß. Wir Bayern auch immer richtig mit und das ist richtig cool. Zum Strand gehen, das fand ich eigentlich so ganz schön. Zum Beispiel den Casinoabend, den fand ich sehr cool. Super, also man erlebt was Neues. Ich finde die Unterrichtseinheiten voll cool und die Teamer sind alle voll nett und man kann voll gut mit dem Lachen. To make all my dreams come true To let all the light shine through So I can be everything I know that I could be To find all the strength inside Baby, just watch me fly Now I have all I need To find the best in me Well, isn't it time to open my mind Well, isn't it time to open my mind Well, isn't it time to open my mind I just believe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal sonnig, mal Regen, aber auf jeden Fall immer sehr, sehr windig Wir schauen jetzt mal, wie das Wetter zur Abreise in St. Peter-Ording wird Und wie das Wetter im Kirchenkreis wird Zur Abfahrt ist es hier leicht bewölkt, zwischen 11 und 16 Grad Wie immer kann ein recht starker Wind wehen Die Ankunft im Kirchenkreis wird dann sonnig, zwischen 18 und 22 Grad Ich finde, das hört sich doch schon nach einer guten Steigerung an Und damit wünsche ich allen Konfis im Namen der Wetterredaktion eine gute Rückreise Und damit zurück zu dir, Kai Danke dir, Marco, für den Wetterbericht Das war sie auch schon, die letzte Folge Neues vom Berg vom Konfi-Camp 2018 Aber ein Highlight steht noch aus Der Abschlussgottesdienst vom Konfi-Camp Seien Sie gleich um 19.30 Uhr in unserem Livestream dabei Und feiern Sie mit uns den Abschluss einer wundervollen Campwoche Ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihr Interesse und Ihr reges Zuschauen Es war mir stets eine Freude, Ihnen jeden Abend das Neueste vom Konfi-Camp zu präsentieren Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meinem Team Die hier jeden Tag diese Sendung mit mir auf die Beine gestellt haben Ich freue mich schon sehr darauf, Sie auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen Vom Konfi-Camp 2019 Hoffentlich dann wieder in St. Peter-Ording Bis dahin, machen Sie's gut! Neues vom Berg wird unterstützt von New Life Fitness für Frauen Genießen Sie unsere persönliche Atmosphäre und die vorbildliche Betreuung Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche www.kirche.media